Das wird eine Mega-Synie! Ja! Ab in die Verlängerung! Es war 3-0! Jawoll! Moin Leute, war es Graf! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal Gamer Axel. Heute kommen wir zu einer neuen Reaction. Und zwar ein neues Torhümmeln-Quiz. Und zwar, heute werde ich ein Champions-League-Hymnen-Quiz machen. Und das heißt, hier werden jetzt verschiedene Champions-League-Hymnen gespielt. Und ich werde aber erst zum Ende der Hymne sagen, was es ist. Das habt ihr euch in den Kommentaren gewünscht, damit ihr mitraten könnt. Lasst ja gerne einen kostenlosen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Heute ist ein besonderer Tag. Es kam zwei Wochen kein Video. Ihr fragt euch sicher, warum das denn? Ganz einfach. Ich hatte kein Internet. Internet war kaputti. Internet war kaputt. Ging nix. Als kleine Belohnung dafür hatte ich auch schon länger geplant. Eine neue. Jeden Tag ein neues Video-Challenge. Letztes Jahr habt ihr es unfassbar gefeiert. Einen Monat lang jeden Tag ein neues Video. Heute und dieses Jahr ist es anders. Heute, der 26. Mai geht es los. Und sie geht ganze 3,5 Monate bis die Sommerferien zu Ende sind. Und eventuell auch länger. Bis dahin ist jetzt geplant. Dann lasst uns mal ins Video rein starten. Checkt sehr gerne auch Kodols ab. Und rein ins Video. Ich bin gespannt. Ich kenne gefühlt keine internationalen Hünder. Ich kenne ein paar einzelne Hünder. Das war's. Wichtig ist es 2021. Wolfsburg. Das ist easy. Kommt schon. Kommt schon Leute. Das könnt ihr schaffen. Oh, was ist das? Ich kenne die. Vielleicht kommt die so. Crazy Call? Juventus Turin. Oh mein Gott, was? Bruder, ich habe random gesagt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die überhaupt Champions League spielen. Dachte ich so, ja, 2021, 2021, 2020, damals haben sie noch gespielt. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt geht es aber los. Schreibt mir auch... Schreibt sehr gerne auch in die Kommentare, wie viele ihr so erraten habt. Welche ihr nicht erraten habt, wie es lief generell. Dritte Täumende. Was zum Fick ist das? Was zum Fick ist das für eine Torhümde? P.C. Sagen wir, was dumm ist. Manchester United. Das kenne ich. Das hier am Ende kenne ich, aber das am Anfang nicht. B.C. B.C. Ah fuck, jetzt habe ich es zu früh gesagt. Die ist leicht, die ist aber keil. P.C. Hört sich ein bisschen wie Paris an und es war ein bisschen, ich glaube, französisch oder so. Ich glaube, da kam aber auch P.C. immer kurz vor. Und mit großem Scheich. Und mit großem Scheich. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich sage jetzt Benfica Lissabon. Nein, ich sage Porto. Ich sage zweimal hintereinander PSW. Ich dachte mir so, jetzt kann ich nicht nochmal PSW sagen. Jetzt ist das genau PSW. Ach mann. Ah. Unsere Dortmunder Hurensöhne. Weiter geht's. Das müsst ihr alle wissen. Oh mein Gott, die kenne ich. Oh 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 oh. Welcher Verein ist das? Welcher Verein ist das? Ist das so ein... So ein Inter? Atletico. Ah ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Aber geile Töme, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mal wieder ahnungslos. Ich gehe wieder mit Porto. Chelsea, Digga. Die spielen seit 30 Jahren nicht mehr Champions League, Digga. Die spielen seit 30 Jahren nicht mehr Champions League. Die haben das die einmal gewonnen. Dann sind sie im Achterfinale oder so rausgeflogen. Ja. Puh. Keine Ahnung, Digga. Chelsea. Wer guckt sich freiwillig ein Chelsea-Spiel an? Viele Leute. Leider. Die Bayern, Die Bayern, Die Bayern. Super Bayern. Yay. Das war's auch schon. Gut, welche hatten wir denn? Wir hatten hier alle. Außer Real, Porto, Liverpool. Hatten wir? Hatten wir, hatten wir. Alle vier hier hatten wir. Hier hatten wir nur Dortmund. Ja. Geiles Quiz. Gebe ich einen Daumen nach oben da. Checkt sehr gerne auch. Ronny87. Ja. Von vor zwei Jahren. Ist halt 21, 22. So. Ich wünsche euch jetzt aber noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst sehr gerne einen großen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Checkt Code also ab. Checkt sehr gerne auch Vergessliche ab. Ja, ja, ja. Crazy Call. Hier oben ist der verlinkt. Hier. Und auch in der Endcard. Bis nächstes Mal. Morgen kommt das nächste Video direkt um 11 Uhr. Bis nächstes Mal. Und... Joker Call. 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 Joker Call Call. Joker Call Call Call. Joker Call 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 Call. Vielen Dank.